Wasabi, Wasabi, Wasabi. Überall die blöden Wasabi-Nüsse. Die sind plötzlich überall. Da fragst du dich schon, woher kommen plötzlich alle die Wasabi-Nüsse? Die bringen alles durcheinander. Das ist wie mit Rucola. Ich weiss schon, wo die Wasabi-Nüsse herkommen. Ich sage nur eines. Stichwort. Stichwort Globalisierung. SWR 2022 Der Abfall wurde illegal entsorgt im öffentlichen Abfallkübel in der Bushaltestelle. Hier unten beweisst du eins. Eine Snack-Casson-Blache. Snack-Casson-Blache, sagt man das? Bei uns hat immer Party-Mix geheißen. Können wir jetzt einfach mal in Ruhe das 9 nehmen und ohne Schörner-Korms zu spielen? Hör mal, das ist kein Spiel, Oli. Je schneller wir das auch empfinden, desto schneller kannst du wieder ganz normal ins 9. Also. Allerlei Nüsse haben wir. Plastikbecherchen haben wir. Servietten haben wir. Die gängige Utensilien für den Aperol. Von der Menge her würde ich sagen, 4 bis 5 Leute. Wahrscheinlich mit 40ern. Grün bis grünliberal. Jemand, der so Snacks in der Verpackung gekauft, ist alles aber sicher mit dem grün. Hat es, äh... Hat es irgendwie Sekt dabei gehabt? Aperol, zwei Flaschen. Grünliberal, ganz klar. Jetzt hör mal auf mit deinen Verschwörungstheorien. Du willst immer dein pseudoproletärische Minderwertigkeitskomplex auf den linksliberalen Mittelstand projizieren. Projizieren heisst es. Projizieren. Ist doch wahr, nur wenn jemand daran glaubt, dass er die Welt zu einem besseren Ort macht, dann schaut ihn nicht mal darauf, was er konsumiert und wenn er mit der Umwelt umgeht, ist doch bei dir ja gerade unten durch. Schau's mal zu. Vom Basar-Binus-Fressen und vom Aperol-Saufen ist noch keine einzige Welt ein bisschen besser geworden. Im Gegenteil. Das würde er heissen. Im Gegenteil. Es ist ja schon etwas verdächtig. Ich meine, wenn wir mal in Geschichtsbücher schauen, vor 100 Jahren, hatte niemand Diabetes oder Kreislauf oder, weiss der Gucker was, Terrorismus, oder die Wirtschaftskrise. Todesmal hat auch niemand Wasar-Binus gefressen oder Rucola. Ich würde es einfach mal sagen. Ich zeige mal hier Paprika-Chips zum 9. Ich habe in diesem Sack gefunden. Es ist gesund mit Elektrolyten. Na für Leute. Moment, Moment. Paprika-Chips? Ja, aber die sind ermittlungstechnisch völlig unwichtig. Völlig unwichtig? Kannst du denken? Aperopyramide. Nein, da ohne mit seinen ewigen Pyramiden. Pyramiden, NASA, Rucola, Wasabi, Fjordoli ist alles eine einzige Verschwörung. Aperopyramide? Ist bewisende populärwissenschaftliche Tatsache? Ja, so wie deine Rucola-Theorie. Schau. Bei einem Aperu gibt es einfach eine ganz klare Hierarchie. Immer das ewig autoritären Getue. Flach wie Hierarchien sind heute das andere. Flach wie Hierarchien. Sag dir das mal an einer Pyramide mit einer flachen Hierarchie. Weisst du, was eine Pyramide mit einer flachen Hierarchie ist? Was denn? Dann, äh. Platz. Auf jeden Fall keine Pyramide. Auf jeden Fall. Der Skandal ist ja. Die Wasabi-Nuss ist ja sozusagen eine zugezogene Nuss von Asien. In Sachen Aperos bringt dir Wasabi-Nuss alles durcheinander. Die Theorie der Aperopyramide besagt, dass im Normalfall ... Äh. Nein, anders. Sag mir, du machst ein Fest. Ein Aperofest. Lässt du ein paar Leute ein, Sonntagabend ... Sonntagabend geht mir nicht. Sonntagabend kommt Sportpanorama. Seit wann schaust du Sportpanorama? Sonntagabend wird ein Sportpanorama. Kannst du nur so ein Fest machen mit deiner Aperopyramide? Du gehst also nicht an das Fest von einem guten Freund wegen Matthias Höppi? Ich meinte, das sei ein Apero. Dann kann man schon so ein Fest an einem Sonntagabend machen. Aber jeder, der das macht, weiss, dann kommt Gabriel nicht. Dann halt nach dem Sportpanorama. Nach dem Sportpanorama kommt die Tagesschau. Und am Nachmittag? Nachmittag? Wie ging Nachmittag an? Hat dich jemanden eingeladen, Michael? Hast du Michael eingeladen? Was eingeladen? Zu deinem Fest? Wofür? Ich habe niemanden eingeladen. Super, Kollege. Bist wirklich super. Machst du ein Fest, lässt du nicht mal jemanden ein? Also doch doch nicht so. Man kann es im Fall auch ohne Festlässe gehen. Nein, wir lernen es jetzt einfach langsam mal. Ich merke das. Das merke ich mir, Oli. Dass du ein Fest machst und mich nicht mal einlädst. Ausgerechnet. Ich dachte, du könnt es gar nicht hören. Das ist doch wahr. Das ist doch wahr. Und dann kommt die Wasabi-Nuss, die ja eigentlich nur eine hundskromoune Erdnuss ist. Dann kommt die Wasabi-Nuss einfach in einer neuen, grünen Wasabi-Kleitung her. Dann kommt sie daher. Schau, schau, ich bin eine Wasabi-Nuss. Ich bin sehr scharf. Plötzlich rief alles. Wasabi, Wasabi, Wasabi. Na komm. Wie ist denn da? Also, die Theorie geht so. Du hast Knabbersachen organisiert. Salzstangen, Chips, Nüsse. Mandeln. Ja, vielleicht auch Mandeln. Jetzt hör doch mal zu. Ich komme allergisch auf Nüsse. Jetzt Himmelsternensiech. Wenn du das festmachst, dann hast du Chips und Nüsse. Und dann ist es immer gleich. Zuerst gehen die Paprika-Chips, dann gehen die Natur-Chips weg. Dann kommen die zahlten Brezeln, dann kommen die zahlten Stengen. Und ganz am Schluss hast du noch ein paar Erdnüsse vorweg. Das ist die Snack-Pyramide. Schau doch mal, was ist denn der Michel dort? Das ist etwas. Das ist eben die Aperopyramide. Aperopyramide? Und wo genau hat das etwas mit uns zu tun? Das heisst, wenn Paprika-Chips im Güssel landen, dann heisst das ... Das heisst, dass die Aperopyramide an diesem Aperop irgendwo unter Opsi gebracht worden ist. Gestürzt worden ist. Die Umdrehung der Pyramide. Die Umdrehung der Pyramide. Das heisst, glaube ich, die Umkehrung der Pyramide. Ich sage nur drei Worte. Was. Sa. Bi. Aber wir haben doch gar keine Wasabi in uns gefunden. Eben. Amen. Die Pyramide findet früher oder später. Jeder. Die Pyramide